Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Academy. Dankeschön fürs Einschalten und falls du noch nicht hast, Bewertung abgeben und abonnieren nicht vergessen. Heute machen wir etwas ganz besonderes und zwar machen wir Botania weiter. Da fehlen natürlich noch ein paar Items. Also insgesamt haben wir bei Botania 89%. Ich bin gespannt, ob das reicht und ansonsten würde ich sagen, los geht's. So, Botania war in die Richtung da hinten. Da gehen wir jetzt einfach mal hin und schauen, was wir da bauen können. Ah ja, die stellen wir immer an dem Haus. War voll gut eigentlich. So, Draconic Evolution müssen wir den Chaos gerade noch machen. Ich denke mal, den werden wir halt im Livestream machen und das werde ich dann so als Zusammenschnitt machen. Livestream zu Academy, ich denke mal am Samstagabend. Wer da Lust hat, einfach mal einschalten. Heute Abend gibt es, by the way, Final Fantasy. Wer da Lust drauf hat, auch einfach mal einschalten. Können da gratis mitspielen und auch mit dabei sein, ehrlich gesagt. Und wenn ihr Ahnung davon habt, auf jeden Fall Tipps geben. So, das brauchen wir, das brauchen wir. Haben wir noch Geierseelen? Haben wir nicht mehr? Oh, haben wir keine Geierseelen mehr? So, warte. Und ihr seht auch schon unten links, ich habe einen anderen, hier, Geier-Spirit. Ah, doch, ist das Seele, oder? Einen anderen Skin. Ich experimentiere, mein Gott, ich experimentiere gerade. Oh, der geht nicht. Egal, dann machen wir damit gleich den dicken Geier, hoffentlich. Und, ja, mal schauen. Auf jeden Fall, den Kopf will ich euch noch nicht zeigen, aber den Anzug ganz gerne. Das ist quasi eine Kombination aus dem, was ich vorher hatte. Aber ich muss sagen, das eine Bein sieht irgendwie anders aus als das andere. Oder muss das so sein? Da muss ich nochmal gucken. So. Also was normaleres, so dass auch mein Kopf da drauf zu sehen ist. So, wir brauchen jetzt für dieses, warte, für dieses wunderschöne Tool. Dann werden wir hier U drauf drücken. Genau, den müssen wir bauen. Globetrotters Sash. Können wir den bestimmt bauen, oder? Da ist er. Und, da haben wir ihn. Jetzt ist allerdings die Frage, was kann der denn? So. Oh, lol. You can run faster, jump higher. Oh. Das ist bestimmt Mana, oder? Ich meine, ich kann eh fliegen, aber wäre mal interessant. Mana Tablet, wo bist du? Ne. Wo ist ein Mana Tablet denn? Bestimmt wieder im System. Mana Tablet. Da haben wir es und auch leer. Sehr gut. Freue ich mich. Lad dich auf, Mana Tablet. Was ist hier los? Hier ist es wahrscheinlich leer, oder immer noch nicht. Ne, gar nicht. Immer noch was drin. Krass. Oh, die Dinger sind halt voll, und dann wurden die Sachen nicht verbraucht, ne? Okay. Ah ja, jetzt merkt man es. Okay, sehr cool. Sind, glaube ich, drei Blöcke, oder? Und man kann noch schneller laufen. Das ist cool. Das behalten wir einfach mal an. So. Übrigens. Können wir jetzt, glaube ich, den Gaia-Strill immer machen. Boah, ich hoffe, ich überlebe. Ich sage immer, ich hoffe, ich überlebe. Aber ich glaube, der ist gar nicht so hart jetzt, ne? Mit der Rüstung, die wir haben, eigentlich, glaube ich, nicht. Eigentlich, glaube ich nicht. Die können wir auch nur einmal machen, by the way. Dann ist die bestimmt leer. So, wir gehen zum Gaia-Platz. Eigentlich wollte ich den in der Stadt bauen, aber im Stream wurde gesagt, ich soll den außerhalb bauen. Hi. Gaia-Level 2. Ein bisschen härter. Ah, da oben ist er. Und ein bisschen lauter. Warte. Also, bei... Ah, da, das sah man jetzt mal ein Stream sehr gut. Bei Skyworld war der echt hart. Allerdings hatten wir nicht die voll aufgelahrene Rüstung, muss man dazu sagen. Und deswegen war er allerdings ein bisschen schwieriger. Jetzt ist er einzig in die Billo, ne? So, jetzt müssen wir die Wellen abwarten. Boah, nicht die Hexen, bitte keine Hexen. Bitte keine Hexen. Sondern wir haben uns Gelettenmann. Gerade ein bisschen hektisch und geboren. Wir müssen jetzt die Welle abwarten und warten, bis er runterkommt. Eigentlich wie bei einem anderen Boss, nur dass er halt ein bisschen mehr aushält. Deswegen muss man da auch so ein... So ein Gaia-Ding nehmen. Oh nein, ich habe den Boden kaputt gemacht, oder? Ja, das ist schon. Warte. Okay, vielleicht machen wir auch den Boden ganz, wenn wir gleich fertig sind mit dem Ding. Einfach so cool. Und nein, da ist er wieder. Hi. Okay, der war doch sehr lame, muss ich sagen. Ich dachte, der wäre härter. Okay, oh, da ist er. Oh, da gucken wir alle mal rein. Ein Vorteil bei dem Boss, also man kriegt einmal Gaia-Spirits, die wir jetzt auch brauchen. Und man bekommt einen Würfel. Dice of Fate. Da sind die krassesten Botanier-Items drin, die es so gibt. Ist allerdings immer random. Ich weiß gar nicht, wie viele da drin sein können. Und den Pinkinator. Oh, lol, was macht der? So, ähm, Achtung, drückt, drückt meinen Daumen nach oben für Glück. Dankeschön. Oh, was ist das? A fake, fake, psychotropic. Okay. Ah ja, lol, okay, jetzt weiß ich noch, was das ist. Das ist einfach so genial. Und go. Nee, aber das Schaf hat es, glaube ich, in seine kompletten Atome zerlegt. Immerhin, so. Nimmt natürlich Mana weg. Und Soulbound, auch sehr cool. So, packen wir da rein. Ah ja, genau, man konnte die Sachen quasi keinen anderen geben, soviel ich weiß. Seelen gebunden an mich selbst. So, das haben wir auch fertig. Was machen wir denn damit jetzt? Schauen wir mal bei Britannia. Ah ja, hier kriegen wir auch noch den World Seed. Ah, wapp. Den pflanzen wir auch mal ein, aber nicht hier. Kann man den überhaupt einpflanzen? Ach, lol. Okay. Ist doch richtig useless. Ich bin jetzt am World Seed, by the way. Und wer den Seed wissen wollte, so war das Seed. Und jetzt machen wir noch Home. Das war ja überraschend, auf jeden Fall. Boah, ist ja doppelt schnell und super hoch am Springen. Voll gut. So, ähm, nochmal ganz kurz hier drauf. Gaia Mana Spreader. Da brauchen wir so einen Dragonstone, einen Elfenmana, äh, ne, und einen Gaia Spirit. Äh, den hatte ich da auch. Ja, hier, genau, hier habe ich den gebaut. Den nehmen wir mal mit. So, so einen Dragongedöns haben wir, glaube ich, auch hier mittendrin, glaube ich. Dragonstone, da ist er doch. Dann eine Seele, 16 Stück, ist eigentlich ganz cool. Und den Spreader in der Mitte. Gaia Mana Spreader. Der ist halt noch ein bisschen krasser, als den, den wir gerade hatten. Also, je höher die sind, desto mehr Mana können die halt ballern. Bei der Anlage total irrelevant. Das ist eh nur eine Billo-Anlage. So, das war das. Irgendwie müsste ich mal ein paar Sachen ins System werfen, ne? Okay, alles im System. Dann gucken wir mal weiter. Wir bekommen einen Fabulous Mana Pool. Packen wir den erstmal hier rein in Fabulous Mana Pool. So, was haben wir denn noch? Wir haben den fertig. Und. It's called an Umlaut. Mein Gott. Oh mein Gott. Achso, wegen Ü, Flügel-Tiara. Achso, so heißt das in Englisch. Krass. Das ist das Ding. So, dann machen wir die Flügel-Tiara mal. Oh, da gibt's ja voll viele von. Da haben wir's. Da machen wir sogar vier Gaia Spirits. Botania Complete. Und theoretisch, warte, ich packe mal ganz kurz. Ja, meine Rüstung hier hinschmeißen finde ich nicht so gut. Aber kann ich jetzt damit fliegen? Also, keine Flügel-Bubblehead. Okay, warte. Oh mein Gott. Hab, hab verstanden. Für den Start ist das eigentlich ganz cool, ne? Wenn man so startet. Hui. Boah, mein Gott. Ist aber sehr, sehr unkontrollierbar und wild. So, da packen wir lieber mit dem Fleischsaft rein. Aber es gibt schon echt geile Items, muss man sagen. Ich glaube, ich mach mir mal irgendwie mal die Mühe, mir mal alle Items zu krallen und einfach mal auszuprobieren. Ich würde ganz gerne eh mal eine neue Serie rausbringen. Und zwar solche Sachen, wo ich euch spezifische Mod-Items vorstelle. Und dann einfach mal guck und teste, was manche Sachen können. Weil zum Beispiel Botania einfach so supergeil. Selbst das hier so. Wo man dann einfach weiter drankommt, so an die einzelnen Sachen. Das ist total cool aber irgendwie. Aber weiß, kennt halt keiner. So geil einfach. So, Botania ist damit fertig. Komischerweise, weil irgendwie fühlt es sich nicht fertig an, weil es halt noch so viel gibt. Aber wir packen mal die Sachen jetzt hier rein. Weil das ist ja jetzt quasi fertig so halb so fertig so. Äh, Doppelsprunggedöns lassen wir. Den Crease and Tether packen wir hier rein. Einmal aufgeräumt. Perfekt. Und ansonsten, ja, fertig, warum müssen wir das eigentlich noch, ne? Können wir ein Leistung machen. Die Map gibt es auch nachher so als, hallo, was ist das denn? Hallo, den Helikopter will ich. Hatte ich schon. Äh, die Map gibt es auch nachher als Download. Eigentlich wie jedes Projekt bei mir gab es auch, also eigentlich gab es jede Map bei mir als Download. Wo ich zumindest der Herr der Projekte war. Bei vielen anderen Sachen, wie zum Beispiel, keine Ahnung, ich glaube, doch Hero gab es die Map auch. Ich glaube, wo gab es die denn nicht? Bei Skyworld? Finde ich super schade eigentlich. Aber da waren wir auch nicht die Commander. Aha, alles wieder aufgeladen. Perfekt. Da ist alles drin. Bisschen Soul Sand noch am Start. Aha, hier fehlt noch die Treppe nach oben. Hätte ich auch mal geguckt, wie man die dekorieren kann. Aber noch gefällt es mir nicht so, aber kommt bestimmt nachher. So, dass man da auch nochmal hochlaufen kann. Bin gespannt. Ich glaube, das wird das größte Ding überhaupt. Und dann ist eigentlich fast nur noch das auch von Dragon Revolution, ne? Da muss ich mir allerdings noch mal ein paar Sachen angucken. Hui. Beziehungsweise können wir jetzt mal ganz kurz reinlutzen, was da noch war. Ah ja, genau. Da habe ich auch fertig. Oh, Idee. Hallo. Oh, ich habe einen Zauberhut. Cool. Trophies wollte ich mal ganz kurz gucken, denn es gibt ja die Twilight Trophies. Die könnte man da gut hinhängen. Dann könnte man da auch ein bisschen Wut hinballern. Ich weiß jetzt gar nicht, was... Ich glaube, das ist aus dem Twilight Forest. Sehr gut. Gibt es hier Leuchtkäfer? Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Ich kann ja nach Mods hier eine Firefly bestimmt, oder? Oh, da sind sie. Ist die Firefly schon in the Jar drin? Ja, anscheinend schon. Ist die schon in the Jar drin? Ah, hier, guck mal. Perfekt. Dann haben wir sechs davon. Dann haben wir neun. Und dann gehen wir ganz kurz mal rüber. Reicht wahrscheinlich zum Dekorieren. Aber erst mal kann man da ein bisschen was reinballern. Alles sieht hier so leer aus. Deswegen... Ah, ne, da brauche ich ne Glowstone Cover. Äh, ne, ne? Ne Lantern. Da ist es doch. Und ich dachte, ich wäre gut vorbereitet. So. Das ist drin. In den Zwischenteilen. Hier würde ich fast schon sagen, so. Hier könnten wir nachher auch ein bisschen... Wie heißt das? Ein bisschen Baum dekorieren. Also, noch ein paar Blätter reinballern. So, ist nicht ganz symmetrisch alles. Aber ist nicht schlimm. Können wir hier noch einen hinmachen. So. Ja, Blätter brauchen wir da auf jeden Fall auch. Sieht dann bestimmt ganz cool aus. Die Lampen lassen wir mal frei. Sodass das jetzt nicht zu dunkel wird an den Stellen. So, und dann können wir noch... Zwischen den Dingern hier können wir diese Trophies hängen. Sieht aber so genial aus. Obwohl alle nicht. Der Gas sieht gut aus. Der Urgas. Aber so der... Der Rest war jetzt irgendwie so... Nicht so gut. Hm. Einen hab ich noch. Oder... Ne, zwei hab ich noch. Ja, das sind dann die Trophies. Ich hatte irgendwie ein bisschen mehr erwartet. Aber ist okay. Dann machen wir hier noch mal so ein paar... Und dann brauchen wir noch ein paar... Äh... Fences. So. So könnt ihr euer Twilight Forest Portal richtig hart upgraden. Vielleicht. Jetzt passt der Boden noch nicht so gut, ne. Ist halt harter Concrete. Vielleicht hätte ich einen höher bauen sollen. Hier in den Ecken können wir noch ein paar Lampen hin. So. Und vielleicht an der Decke noch eine. Oben in der Mitte. Naja, ist doch cool. Und zack. Da noch eine. Und jetzt kommt das, was ich auch in Time immer sehr gerne mache. Wahrscheinlich. Wenn wir jetzt Blätter haben, by the way. Dann müssen wir echt mal schauen. Hm. Ne, der war genau falsch rum. Dankeschön. So. Haben wir denn ein paar Blätter? Wir haben Oakleaves zur Auswahl. Sollte reichen. Zwei Stacks können ein bisschen wenig sein. So, mit Blättern wird alles besser. Aber wie schon erwähnt, hat nicht gereicht. Da drüben fehlen noch ein paar. Und hier unten könnte man vielleicht noch so ein paar Holztische machen. Und dann hätte man hier schon eine einigermaßen okay dekorierte Sache. Vielleicht hier so ein paar Holzregale mit dem Holz. Müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall, das kann man so stehen lassen. Wenn ich noch ein paar Blätter hole. Wie heißen immer die Türen? Castle Door. Haben wir noch 17 Stück. Perfekt. Die sind übrigens aus dem Twilight Forest. Das waren Türen vom letzten Boss. Beziehungsweise da, wo der letzte Boss sein sollte. Und ich glaube, als Belohnung gab es auch nochmal Türblöcke. Also wenn ihr da mal hin wollt. Augen aufhalten. Ich finde den Eingang aber nicht gut genug. Wir müssen das hier mal etwas breiter bauen. Ich glaube, so ist schon besser. Ja, sehr cool. Und raus. So, Twilight Forest Bereich fast fertig. Auch von außen. Sieht eigentlich ganz cool aus. Das kann man auch so abhaken einigermaßen. Beziehungsweise da können auch ein paar Sachen rein. Ja, Slime-Farm habe ich leider nicht so benutzt, wie ich es gerne wollte. Schade ein. Damit hätte man bestimmt noch coole Sachen machen können, ne? Aber egal. So, wir sind auf jeden Fall ein ordentliches Stück weitergekommen. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Und jetzt folgendes. Ich würde ganz gerne mal, das hatte ich schon mal angesprochen, eure Welten vorstellen. Mir angucken. Also erstmal angucken. Und wenn die geil sind, vielleicht auch vorstellen. Link zum Einsenden eurer Welt in der Videobeschreibung. Also einfach mal dem Link folgen und da mal ausfüllen. Und dann könnt ihr quasi eure Welt mir zuschicken. Regeln stehen dabei. Und ansonsten würde ich sagen, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part. Tschüss.